Ich habe schon noch Folgen gehabt, ja, das war schon, also wenn ich gesund war, dann war nichts, wenn ich aber krank war, dann war ich schon fantasiert und als mögliche schlimme Gefühle und Angst von den Leuten. Und wenn ich einen in Uniform sehen habe gekommen, dann habe ich mich schon versteckt auch und die Deutschen waren meine Todfeinde, lange, lange, lange Jahre, bevor das mit mir selber fertig war und das nicht, dass ich darauf gekommen bin, das ist nicht der Deutsche, das ist einfach der Faschist. Das sind aber nicht nur die Deutschen, sondern was mögliche andere in allen Ländern.